Guten Abend. Ab heute wird in Pas-de-Calais der Fall eines pädophilen Rings in Outro verhandelt. Der grauenhafte Fall Outro. 17 Erwachsenen, darunter 6 Frauen und auch Lokalprominenz, wird wegen Vergewaltigung von 18 Kindern der Prozess gemacht. Einige beteuern ihre Unschuld. Es steht Aussage gegen Aussage, uns erwartet ein langwieriger Prozess. Wir waren im abgelegenen Pas-de-Calais mit einem Fall, der als der abscheulichste, den Frankreich je erlebte, präsentiert wurde. Da war es verständlich, dass dies die Presse anzog und alle dorthin gepilgert sind. Um was zu sehen? Diese berühmt-berüchtigten Kinderschänder, diese armseligen Leute, die ihre Kinder verkauften. Wir kamen als Gladiatoren, bereit für den Kampf.